Musik Ich spiele hier Trompete an der Staatsober Stuttgart. Ich habe eine sogenannte Hochtiefstelle. Ich spiele mal Erste, ich spiele mal Dritte, ich spiele mal Zweite. Ich spiele eigentlich alles Queerbeet, was das sehr interessant macht. Die meisten kennen diese Trompete. Das ist die amerikanische, Jazz-Trompete kann man auch sagen. Die kennt man. Das ist die am häufigsten gebrauchte Trompete in der Blasmusik oder auch im Posaungor. Moderne Trompete spielen wir jetzt gerade im Spielplan bei La Generentola zum Beispiel. Es ist italienische Musik, es ist leichte Musik. Wir spielen gerne hell, ein kleiner besetztes Orchester. Es gibt aber zum amerikanischen Modell ein deutsches Modell. Das sind die Modelle mit Drehventilen. Die werden in Deutschland noch sehr gern gespielt. Ganz speziell wählen wir diese Drehventile für die deutsche Romantik. Also für Brahms, Bruckner, Wagner. Wir mögen den Klang der deutschen Trompete. Den weicheren Klang, den mischfähigen Klang. Also auch größeres Orchester, etwas größere Becher auf ein bisschen dickeres Blech. Es gibt einen großen, satten, warmen Klang. Klang, den weicheren Klang. Großes Orchester, großer Klang, deutsche Trompete. Ideal. Diese Trompeten gibt es natürlich in verschiedenen Stimmungen. Das ist eine B-Trompete, das ist eine C-Trompete. Die Wahl der Sodatrompeter fällt oft auf die C-Trompete, weil sie angenehmer liegt für die hohe Lage. Für die nächsten schwierigeren, höheren Parts gibt es eine sogenannte S-Trompete. Die werden immer kleiner. Schließlich kommt man, wenn es ganz hohe Sachen gibt, zu einer Piccolo-Trompete. Das ist keine Bach-Trompete, wie man landläufig immer sagt, sondern es ist eine Piccolo-Trompete, entwickelt so in den 50er Jahren und bekannt gemacht durch Maurice André und Adolf Scherbaum. Damit hält man in der hohen Lage länger durch und hat sehr, sehr einen brillanten, hohen Klang und setzt sich sehr gut klanglich durch. Demonstrieren jetzt nochmal den Unterschied amerikanische Trompete, deutsche Trompete anhand eines Signals von Leonore. Es gibt noch die Nebeninstrumente, die wir auch haben. Das ist das Kornett, kürzer gebaut, etwas weicher im Klang, wird etwas mit tieferem Kessel gespielt. Kornett wird heute auch oft gespielt bei uns im Ballett für Dornröschen, für Romy und Julia. Das Flügelhorn hat einen wesentlich größeren Becher, eine größere Mensur als das Kornett, klingt schon sehr hornig, aber noch nicht wie ein Waldhorn. Aber es geht in diese Richtung. Ja, man schätzt so im 15. Jahrhundert hat man begonnen, an den Höfen die gewundene Trompete zu entwickeln. Das sind Barock-Trompeten, die man, damit sie leichter zu halten waren, mit verschiedenen Bögen versehen hat. Man kann hier eine Naturtonreihe drauf spielen, aber nur in einer Stimmung. Man hat eine Tonart, eine Dur- oder eine Molltonart dazu. Wenn man die Tonart verändern möchte, hat man Austauschzüge. Das heißt, da wird ein kürzerer Zug dran gemacht, ein anderes Mundrohr, und dann erhält man eine andere Stimmung, von C nach D zum Beispiel. Diese Barock-Trompeten sind eigentlich schon moderne Barock-Trompeten. Wir haben hier drei kleine Löcher. Das sind für uns Intonationslöcher. Die korrigieren die manch einen nicht ganz so geraden Naturton nach oben oder nach unten. Kurz zur Demonstration. F und Fis gibt es nicht. Wir haben unsere Löcher und können jetzt aber durch ein Verschieben des Schwingungsknotens kriegt man beides ganz gut hin. Also für unsere Ohren klingt es besser mit. Jetzt mal so, wie es früher geklungen hätte. Jetzt im Gegensatz zur Barock-Trompete ein Stück dieses Pösel-Stück auf Piccolo. Das sind die sogenannten AIDA-Trompeten. Verdi hat sie speziell für seine AIDA-Oper konstruieren und bauen lassen. Er hatte einen Ton zu wenig, weshalb es ein Ventil gab, um einen Ganz-Tonschritt zu ermöglichen. Und dann das letzte Sonderinstrument bei uns. Das ist eine Holztrompete. Dieses Instrument gibt es nur bei Tristan und Isolde. Untertitelung. BR 2018